Ich bin Christiane Schwinge. Ich bin Teil der künstlerischen Leitung des Play Creative Gaming Festivals und somit dafür zuständig, dass die Programmteile ineinander fließen und auch zusammenpassen. Insbesondere bereite ich die Programmteile vor, die was mit Reden zu tun haben, wie zum Beispiel die Play Conference, die in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet und einen Raum für den theoretischen und diskursiven Austausch bildet. Daneben bereite ich die Play Show vor, die ja mittlerweile zum festen Bestandteil des Festivals geworden ist und auch in diesem Jahr wieder von Uke Bosse moderiert wird. An Play gefällt mir, dass es ein Zuhause für die digitale Spielkultur in ihrer bunten Spannbreite ist. Da kommen ganz viele unterschiedliche Menschen zusammen, groß und klein, jung und alt und vor allen Dingen auch Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und die feiern eben mehrere Tage die digitale Spielkultur, tauschen sich aus und spielen natürlich auch miteinander. Und die beste� Track, tauschen sich aus. Sollte es an die Bauchstätzer für die digitale Spielkultur, tauschen sich aus. Tä uses ja noch viel, dass die Bein schmerzen.